Musik Sehr ruhig, aber das ist ja auch immer die Geschichte, ich könnte mich ja immer wegschmeißen, jetzt ist das ja alles geregelt. Fotografen, Kameraleute, Siegerposen, genau, Nimm den Pott mal in die Hand, wir wollen noch unser Föterchen haben. Also das ist halt das Pott. Föterchen? Föterchen, Föterchen. Föterchen, ja, ist so gut. Nee, aber hier auch. Schuss! Und drin! Von der Latte, und geht er da rein! Unterkante Latte und dann drin! Da passt da aber auch gar nichts mehr dazwischen. Das ist ne enge Kuss, der kann ja auch rausspringen. So ist es ein klasse Tor, Fazini. Oh, und jetzt gehen sie über die Plügel. Da kommt die Errengabe. Der weiß nicht, super Seinig per Kuss. Ein super Quattro Tor, das kann man nicht anders sagen. Klassens Kopfball, da gibt es nix zu halten. Gibt es nach dem richtigen Wettbewerb. Das war einfach, und er hat den Ball. Jetzt wird's gefährlich. Aktion geht weiter. Er zieht ab. So, endlich Tor eins in diesem Spiel. Lang genug hat's gedauert. Ja, die Fans waren schon ungeduldig. Und jetzt bin ich mir sehr gespannt, wie sich dieses Spiel noch entwickelt hat. Und das ist dieses Knochen. Und jetzt ganz klar. Oder ist gut? Und die? Ja, jetzt schon lange. Sehr normal. Ohne Worte. Klasse Ausfußspiel. Und das Tor ist fast vollgerichtig. Und den macht er mit seinem schwächeren Woschi. Da kommt der Schuss. So, das nächste Tor. Das könnte eine wirkliche Torreiche Partie werden. Gefällt mir, bis er richtig gut zu ganz weitergehen kann. Ohne Rücksicht aufhören. Ohne Rücksicht aufhören. Klasse Aktion. Ufa ist weg. Der jetzt ist nicht überlegt. Der belegt. Wird das eine Torchance? Macht er ihn? Und das Tor. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine spitze Leistung. Und das war schon sein drittes Tor heute. Er gewinnt jetzt. Klasse Aktion. Ball ist weg. Der jetzt ist die Kugel weg. Der Willi. Er hat das eine Torchance. Macht er ihn? Und das Tor. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine spitze Leistung. Und das war schon sein drittes Tor heute. Der gewinnt jetzt der Willi. Klasse Tor. Klasse Tor. Nein, das war das Tor. Sie gleichen hier also aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt noch nah lehnen würden. Ja, das geht so weit. Sie wollen immer noch ein guter Seitenwechsel. Jetzt müsst ihr aufpassen. Ein fantastischer Treffer. Ich bin mir nicht sicher, ob er den so machen wollte. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Und der Tor hat den so machen. Er zieht ab. Und der Tor hat den so einen gezogenen Fall. Musik 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 Da passt er auf und kann klären. Das könnte gefährlich werden. Und jetzt ist der Schuss. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Das überspringt eine sehr interessante Person zu werden. Das ist der Schuss. 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 Der Belli. Können Sie was draus machen? Klasse Vorhaber. Ich dachte, der Abfluss. Caramba, der nimmt den Ball volles Risiko und wird er füllen. Sie sehen hier, das Bese Team. Das ist doch kein Wunder. Sie machen das gut, haben sich einige schon... Da kommt der Versuch. Keine Chance zu den Torwart. Er verwandelt diesen Freistoß direkt. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Und da merkt man natürlich, dass der gute Mann bei den Freistößen eine extra Einheit eingelegt hat. Ein richtig guter... Freistoß. Da gab es für den Keeper nichts zu halten. Und den macht der klasse. Super Freistoß. Der Ball prallt von der Torlatte hinter der Linie. Keine Chance für den Torhüter. Da war so viel Wucht dahinter. Da kann er nichts machen. Der... Achtung jetzt! Das war heute überhaupt nichts. Sie werden hier wohl ausscheiden. Sie konnten nie ihre Leistung... Jetzt der Schuss! Ein unfassbares Tor! Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. Drei Tore. Eine Weltklasseleistung. Tor Nummer 3. Klasseleistung. Der...